Musik Ja, jetzt vielleicht auch ganz wichtig für die, die die Strecke noch nicht kennen. Wir machen immer noch aufmerksam, bei Kilometer 75 kommt immer so der letzte Hammer. Wir nennen das Ding auch Kisse. Da geht es einen ziemlich langen, steilen Stich hoch zu den letzten. Der wird immer steiler. Am Schluss sind dann so ungefähr knapp 20 Prozent. Also verwahrt euch schon mal genug Körner auf. Gerade hier bei dem Wetter nicht vergessen, so Kilometer 75. Der tut noch mal weh. Okay, jetzt noch knapp eine Minute. Wir besuchten heute für euch unsere Nachbarstadt Rehns, in der heute der 21. Canyon Rhein-Hunsrück-Mountainbike-Marathon nach zwei Jahren Pause endlich wieder startfand. Gleichzeitig hatten wir Gelegenheit, die neue designierte Verbandsbürgermeisterin der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel kennenzulernen, die sich uns in einem kurzen Interview vorstellte. Ja, liebe Fahrerinnen und Fahrer, liebe Sportler, liebe Gäste, ein kurzes Wort von der Vereinsspitze an euch, Highway to Hell, der funktioniert oder geht gerade mal für euch alle geradeaus, die ihr startet. Heute ist der 19.06.2022 hier in Rehns, der Canyon Rhein-Hunsrück-Mountainbike-Marathon. Und ich grüße euch alle, guten Morgen! Ja, endlich ist es wieder soweit. Wir können Rennen fahren. Wir haben uns vorhin unterhalten mit den Fahrern. Alle sind froh, dass es losgeht. Und endlich ist es wieder soweit. Unser Motto Beat the Beast. Ihr schafft das und habt hoffentlich einen guten Tag. Also, wir haben an meiner Seite eingeladen, unsere neue Verbandsbürgermeisterin, Frau Katrin Leimann. Wir begrüßen Sie recht herzlich. Schönen guten Morgen und gratulieren nochmal zu der Wahl. Und deswegen übergebe ich mal das Mikrofon. Frau Leimann, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Es freut mich, so viele hier zu sehen. Ich war mir nicht sicher bei dem Wetter, ob ihr euch alles baut. Aber ich glaube, Highway to Hell, so deutlich hat man es hier kaum selten genommen. Dass es wirklich heiß wird heute. Ihr fahrt trotzdem los. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ordentlich Fahrtwind. Und es wird ein Pferdes rennen. Und ihr kommt alle heil wieder runter. Ich drücke euch die Daumen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Und ja, einen schönen Tag. Ich bin 27 Jahre alt. Ich fahre in der Elite-Klasse heute. Die 80-Kilometer-Strecke. Ich bin mal gespannt, wie die Temperaturen sich entwickeln über den Tag. Es wird auf jeden Fall eine Hitzenschlacht. Ich bin mal gespannt, wer mit der Hitze alles zu kämpfen hat und wer gut durchkommt. Am Start werden wir mal schauen, wer vorne alles mitgehen kann, wer dann noch übrig ist. Und dann denke ich, wird es ein Überleben wegen der Hitze. Ja. Was rechnest du dir aus für das Rennen? Kannst du schon sagen, ich werde im vorderen Feld im Ziel landen? Sehr wahrscheinlich. Ich habe vor, vorne mitzuspielen. Ich schaue mal, wie lange ich bei den ersten beiden nach meiner Voraussicht mithalten kann. Ich denke aber, dass in der Elite-Klasse wird es, wenn alles gut läuft, dann kann ich die gewinnen, wie vor zwei Wochen auch schon. Aber gesamt wird es schwer, gerade mit dem Sören Nüssen, der da ist und mit dem Matthias Thron, die beiden gilt es heute zu schlagen. Also ich sage mal, das Ganze wird ja darauf hinauflaufen, dass ihr in dieser Hitzeschlacht wahrscheinlich, dass mal einer die Konzentration verlieren kann, macht einen kleinen Fahrfehler. Das könnte vielleicht nachher die Entscheidung bringen. Ich denke, dass sich am ersten langen Anstieg nach 22 Kilometern wird sich so verteilen, dass dann eigentlich auch alles schon gehalten ist. Außer es verliert einer die Flasche und hat dann bis zur nächsten Verfliegung nichts mehr zu trinken. Aber ich denke, dass spätestens dort wird sich alles so sortieren, wie es erwartet wird. Wird sich der Spreu vom Weizen trennen, wie man so schön sagt. Genau. Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Toi, toi, toi. Und dass wir uns alle näher gesund wiedersehen. Dankeschön. Danke auch. Hallo Frau Leimann. Guten Morgen. Nett, dass Sie sich unserem kurzen Interview stellen. Vielleicht sind Sie lieb, stellen sich den Bobbad aktuell Zusehern einmal kurz vor. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Katrin Leimann. Ich bin die neue oder besser gesagt noch designierte Verbandsgemeinde Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel. Zu der gehört unter anderem die Stadt Rehns, die ja heute Ausrichter ist, dieses Event. Und am 1. Juli bin ich dann offiziell im Amt und habe mich aber gefreut, heute schon hier sein zu dürfen und heute schon den Startschuss setzen zu dürfen. Weil, ja, natürlich bin ich sehr stolz, dass meine Verbandsgemeinde meine zukünftige solche Events ausrichtet. Und ja, Gäste aus aller Welt hierher holt, die diese schöne Natur hier auch kennenlernen. Und unsere Landschaft, die bietet sich natürlich an. Die ist ja ideal mit Tälern und Hügeln. Also, wenn nicht Mountainbiking hier, wo dann, ne? Wo kommen Sie genau her? Also, original komme ich eigentlich aus Bayern und bin dann aber vor, ja, zwölf Jahren hierher gezogen in die Region. Und wohne jetzt in Koblenz. Und, genau, mein Verbandsgemeindehaus ist in Kobern. Also, insofern, ja, alles gemischt hier. Darf ich fragen, welcher politischen Fraktion Sie angehören, zu welcher Partei? Genau, ich gehöre zur Partei Freie Wähler, habe kandidiert für die FWG in Rhein-Mosel. Die hat mich aufgestellt. Aber als Bürgermeister drin ist man ja über Partei standtätig. Insofern, ja, das ist mein vereinendes Amt. Wunderbar. Das war's schon. Sag ich recht, herzlichen Dank für das kurze Interview. Und ich denke, dann werden wir uns zukünftig noch öfter sehen. Freue ich mich drauf. Vielen Dank. Bitteschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Okay, wie ich schon sagte, zwei Jahre mussten wir warten. Heute gehen 600 Sportlerinnen und Sportler insgesamt an den Start. Das Rennen wurde auch in Rehns gestartet, verlief aber auch in Teilen über die Gemarkung von Boppert. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Go! Start zum 21. Rennen! Es nahmen über 600 Sportler aus 13 Länder an dieser Veranstaltung teil. Die Rennen wurden in vier Gruppen aufgeteilt. Die Gruppe 1 fuhr über 80 Kilometer und 2200 Höhenmeter. Gruppe 2 über 57 Kilometer und 1500 Höhenmeter. Die Gruppe 3 über 42 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Und die Gruppe 4, die eigentliche Starter-Einsteiger-Anfänger-Klasse über 25 Kilometer und 650 Höhenmeter. An die Spitze der Gruppe 1 setzen sich die Landesmeisterschaften des Landesverbandes Rheinland, die ebenfalls in diesem Rennen mit ermittelt wurden. Dieses gute Wetter hat natürlich auch seine Haken. So ist für die Sportler ganz wichtig, dass sie sich ausreichend mit Getränken und Elektrolyten versorgen, um diese lange Strecke, denn es handelt sich ja hier um einen Marathon über 80 Kilometer, durchzustehen. Und eine solche Veranstaltung lässt sich auch nicht ohne Unterstützer und Sponsoren organisieren. So lieferte beispielsweise der Rewe-Markt aus Boppert, Familie Mai, Jasmin, die Bananen für diesen Event nach Rehns an. Das Mineralwasser kam natürlich vom Rehnserbrunnen, woher sonst? Und so gab es noch zahllose anderen Sponsoren, die diesen Event unterstützen, wie beispielsweise natürlich auch die Firma Canyon aus Koblenz, die auch gleichzeitig der Namensgeber dieses Events ist. Als wir unsere Dreharbeiten beendeten, war das Rennen noch im vollen Gange und der Sieger stand noch nicht fest. Den werden wir euch aber in den nächsten Tagen nachliefern. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an unserem Video. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann abonniert uns bitte auf YouTube und liked uns auf Facebook. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. La ver dri cactus, Kollegin Muka, das ist es großartig. Bude, wie genau die realizingung? Ja, damit wir uns gerne überlegen, dass die Legislature am Arbeit verk differently Guy. negatives Wir hoffen, låten wir, Askar zu unten sehen, är die Eindepこれ, zwar tatsächlich nicht in mind. Gleich gut, also mit 처�icht zu lernen und an einem Lassbignum das happens mitmachen. Und earbuds τι